sobald ich kann eröffne ich das feuer okay dann gibt doch alle mal eine fernkampf basis proben beziehungsweise wieder eure schüsse mit dem beuter oder aber mit den kenten sehen die schießen wir jetzt auf ihn oder greifen jetzt schlage vor wir beide stürmen vor wir haben wir uns jetzt und greifen ihn direkt sobald die anderen geschossen haben sollte tatsächlich gehen dann lassen wir sie erst schießen und dann stoßen wir uns ab ja gabriel auf alle fälle nicht verletzen so wie er da ganz hinten schwebt und dementsprechend schießt er seine munition sind eher in die wände hinein aber octavius feuert eine salve den gargülen entgegen zerfetzt ihre flügel so dass sie dann nur noch trudeln viel weniger ungelenk und dann stoßt ihr euch mit euren sprung modulen ab die gravitation hilft euch auch alle fälle so dass ihr auch total als die schwierigkeit herankommt ist nur noch eure energiefaust oder aber den die kittensägen nach vorne halten als rotiert einmal und während dort alle in einem langen gang die gargülen auf euch zufliegen schneidet ihr euch einfach mit euren sprung modul und den ketten wappen durch sie hindurch beim lang gezogenen schrei später wird er hoffentlich durch die anderen können nachfolgen dann die synapsenkammer eine gewaltige kuppelförmige höhle aus grauem und purpuren fleisch zähflüssiger dunkler schleim der überall entlang tropft und ihr könnt große säulen erkennen die dann ja abzweigen eine gewaltige struktur schwamm ähnlich sie erinnert den apothekarius vielleicht so etwas an einem ihren gehirn oder sind wir richtig und wenn es dies nicht ist ist es nirgendwo das ist auf jeden fall unsere beste chance bisher würde auch davon eine probe entnehmen aber wir sollten uns umschauen solange wir noch hier sind vielleicht kriegen wir noch etwas besseres womit wir mehr informationen daraus ziehen können dann solltet ihr den raum analysieren werden wir euch deckung geben ihr nehmt eure probe wir stellen derweil die bombe auf ja die gewaltige bombe die der nukleare sprengsatz wird abgespielt wilhelm wird das ganze daneben so sehr verkabeln dass der druck von gabriel daneben genügt das alles in die hölle zu jagen und wie konnte ich ein ein bisschen umschauen sieht wie wir irgendwelche kabel oder wirbelknoten von diesem gehirn oder diesem schwamm abgehen und zu säulen führen und während er das ganze untersucht und gabriel seine merkwürdigen instrumente in dieses gehirn rein rammt da könnt ihr einen langen kreischen und kreischen vernehmen und dann zusammenzucken von sämtlichen gängen und dann seht ihr wie von diesen säulen sie brot holen sich weitere krieger lösen die dann auf euch zu stürmen fünf krieger okay wo sind wir einen moment ich ziehe euch gerade in die mitte im prinzip genau hatten sie es hören ach so wir sind schon da am haupt und ich dachte dass hier die bände mit gehirnmasse ja okay dann ist genau das was wir brauchen und jetzt stürmen fünf krieger aus den schächten auf euch zu was wollt ihr tun ja wir halten die stellung so dass die bomben und die proben platziert werden können es scheint das wäre das gewesen nehmt eure probe und lasst uns hier verschwinden ist dieser raum immer noch dieser flug dass wir immer noch automatisch fliegen ich dachte dass wir nur in den schächten gewesen genau die blitze und die schwerkraft dass mittlerweile verschwunden so dass er jetzt wieder auf dieser merkwürdigen oberfläche diese fleischartige oberfläche stehen könnte gut dann aber in dem fangen an zu sprinten auf euch zu bringen dann wurde im regen aufstellung und eröffnet das heuer sollen die zu uns kommen das war die erste kampfrunde sie haben sich bewegt ihr dürft gerne initiative würfel ja auch das war es mal gut das war sehr gut gäbe musste derweil gar nicht will er muss derweil verteidigt werden während er die bombe fertig macht und hier stehen wir jetzt hier am rand oder stehen wir wirklich da oben drauf steht und okay die könnte auch oben auf springen das ist mir egal da stehen wir schlecht ich dachte wir können die bombe aufbringen dass nichts zu drenzlig wird du bist ja da ich ja definitiv die anweisung kommt hier unsere bomben läger und gruben dräger direkt zu verteidigen werde ich erstmal nur mit meiner boltpistole auf salve auf den ersten feuern dem in der nähe liegt also den hier so und in der anderen habe ich natürlich das kettenschreif gezogen so feuer ich einmal meine salve mit 51 würde ich die frage 28 und dann ist das tatsächlich einmal getroffen von den drei die wollten erstmal nicht aus die sind fuchs teufels bild da kannst du deinen schaden machen wieder eine 10 ja der zorn des imperators erblickt von dem heiligen terror auf diese mission herab auf das killteam dann sind das 27 schaden mit mit der munition 27 dann ziehen wir 10 absintheit 10 die ich minutiere dann octavius ich würde sagen wir machen den denselben kriege erstmal weg vollautomatisch auf krieger 4 das ist sogar kurz kriegt noch mal ein plus 10 bonus ja toll reicht nicht ja sehr gut dann schießt du jetzt ist die zart für ein chip oder ja hast recht ja ich schippt der imperator blickt ein weiteres man laufer dich herab oder klappen oder ja das sollte klappen ich überlegte gerade ob alle treffen oder nicht also ich kriege plus 20 wegen vollautomatisch plus 10 wegen dem eid plus 10 wegen zielmarkiere sind plus 40 plus 10 für halber reichweite ja reicht alle treffen dann kannst du dann schaden mal vier machen die zwei müssen wir weg aber die zehn noch mal sind 23 23 plus 1 24 24 24 sind 14 das reicht noch nicht aber viermal wenn es viermal ist dann ist er tot krieger größe zustand tot das war der erste dann ist bruder aminius 13 ich werde derselbe tun wie bruder ich habe total natürlich und werde mit der ballpistole erst einmal automatisch das feuer eröffnen das ist oder so nicht getroffen aber ich fühle mich relativ gut dabei ein chip dafür auszugeben und das trifft jetzt muss ich leider rechnen ist es nicht halb reichwerte ist aber auch nicht doppelte ich kriege plus 10 für den alt und ich kriege plus 10 dafür dass ich habe automatisch ist es eine plus 20 damit habe ich zwei daß und das hat mein zweiter tritt dann mache ich zwei treffer an ihm ich muss jetzt mal aus 3d 10 plus 5 da geht die einzelne aus da haben wir also sie zu diesem ja auf den lassen gerade mal 17 mehr tollen feuer munition also geht die natürliche rüstung weg und hier kommt der nächste das sieht besser aus die 2 geht raus für jetzt schon mal 22 und wieder von einem neuen weil der zauber das zieht für dann 30 glatt wieder 30 minus 10 sind 20 dann bin ich dran das schwarm schiff und ich gucke gerade mal schaffst du mich schaffe ich nicht nur 36 der macht das ist dann die halbe reichweite das muss ich 18 dann werde ich den 18 ziehen der macht 18 der ist tot und der macht 18 dann habe ich 1 2 3 3 kreaturen ihren fernkampfwaffen angreifen das ist nicht gelungen also falls irgend einer von diesen angriffen direkt auf die bombe oder bruder wilhelm geht dann stelle ich mich dazwischen und fang das mit meinem körper ab wir können uns beim nächsten mal angucken bisher haben sie erst mal ungezielt geschossen und haben eben mit ihrer säure euch wohl auch nicht getroffen also sie haben auch die säure spucker das war im prinzip mein zugebel ja ich stelle eine ich trete an den gehirnstamm heran nehme meine kettensäge mein kettensägenschwert und schneide rein um ein blick auf den gehirnstamm auf den gehirnlappen zu bekommen um dieses genauer zu analysieren und die daten rauszuziehen für welche wir hergekommen sind angriff gelingt automatisch immer mal ein dann deine treffer anwitz haben das sind 33 dann gibt es ein weiteres kreischen so und zwar simultan von den tyranien kriegern die hier noch sind und aus dem gesamten schiff ja nicht kampfrunde euch zu was sagen ja ne bleib ich tatsächlich erstmal gucken sekunde wie weit ich das reicht gerade so nicht mehr aber ich schieße trotzdem erstmal weiter auf den nächsten ist momentan am meisten sinnvoll aber mit der 18 treffe ich trotzdem in der salve auf welchen schießt nur den oben oder den unten bei denen da oben siehst du bärt besser als ich also viele erste woche unten den ob wir auf salve geschossen würden tatsächlich glaube da alle drei stück dann sie wollen immer noch nicht aus sie haben es noch nicht gelernt schaden so und dann ist das der erste 3d 10 mach doch einmal nur den schadenswurf und mach dann dreimal die fünf ziehen wir raus sind schon mal 22 die wir uns notieren so noch mal ne 10 10 explodiert alte rumge sind 36 der explodiert in schleim dessen farbe du nicht genau erkennen kannst bist du nicht sicher ob es diese farbe überhaupt gibt ich möchte meinen bruder imitieren und den krieger da im norden mit vollautomatisch eindecken 34 meter ist kurz und vollautomatisch da treffen alle 17 sind vier stück schaden schicksalspunkt beim schaden nicht dann ziehen wir ein ab sind 15 ab sind fünf schaden fünf mal vier sind 20 ist halt so dann arminius erhält dieselbe salve aufrecht die er gerade eben schon angefangen hat und drückt einfach weiter ab dem ist das an er werde ich meinen letzten schicksalspunkt investieren und da muss ich rechnen sekunde ich gebe es den fall bereich werde plus 10 für den schuhe das sehen für die salve das sind plus 30 ich habe einen 44 fernkampf wird damit treffe ich mit einer kugel kugeln muss mit einer kugel jetzt war ich doch auch kugeln kann auch ausweichen nein heute nicht er duckt sich weg dann kriegt er nach und warm war ja das sind die das sind die 19 plus 20 gegen jene rüstung aber das sollte reichen für ein d10 was hast du da gemacht sorry das war der ex-person des imperators genau wie viel schreiben sind das insgesamt genau 20 das sehen das war es klingt wie meine freundin dann mache ich die freie bewegung dahin dann mache ich eine freie bewegung 18 schritt die schädelplatte habe ich weg gekriegt noch nicht dass das noch nicht das was da runter ist diese zweimal und zwar einmal auf octavius und einmal auf arminius denkt daran dass ich um 20 erschwert bin 90 ist es nicht genommen was kriege ich für einen der bonus ist auch egal also beide schießen mit ihren säurespuckern auf sowohl octavius also auf arminius treffen beide nicht und der jetzt arminius angreift und zweimal mit seinen krallen zu dem muss ich dann einmal ausweichen wenn das dann schafft er hat einmal getroffen aber sind zwei ich sehe es dann bin ich eine maus und das gelingt das gelingt okay du hast willst nur ausweichen nicht parieren ich kann nicht parieren die energiefaus ist viel gabriel der hat er meint das nicht mit mir darf ich so auf verbotenes wissen xenos befinden um zu wissen was ich über welche intelligenzen weiß über half meint ja kannst du machen das ist die 29 das sind sogar einige erfolgs gerade ja also du weißt auf alle fälle dass der hive meint alle irgendwie anführt du weißt nicht genau wie das funktioniert aber man hat wohl gesagt dass jeder jede kreatur von einem überbewusstsein gesteuert wird du weißt jetzt nicht genau wie das in einem inneren eines schwarm Schiffes ist das hat bisher noch niemand gemacht niemand hat bisher ein schwarm Schiff erobert oder geändert oder stand in dem gehirn eines solchen das ist eine absolute wahnsinns tat und hat wohl höchstwahrscheinlich nur funktioniert weil damit eben doch nicht gerechnet worden ist du weißt dass wenn du in einem kampf einem höher gestellten simbiarchen oder ähnlichen dingen das hast du ja auch schon beobachtet der den schädel abtrennst dann fangen alle anderen symbionten ebenso an den wahnsinn zu verfallen das ist exakt das was vor einem tag passiert ist du weißt nicht genau was passiert wenn du dieses schwarm bewusstsein an dieser stelle jetzt tötest entweder eben mit deinen mit an ketten oder aber mit einer mit einer neural bombe das wurde bisher noch nie ausprobiert alles klar ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen meine daten zu extrahieren oder wie lange schätzt du das sein also im prinzip dna material hast du also du hast da du hast ein schwerter eingebaut das ist jetzt nichts kompliziertes klar wenn du jetzt die gegenseit von einem space marine bergen möchtest so dass sie wieder benutzt werden kann dann ist es was anderes wenn jetzt der lord inquisitor eigene half meister rein zu möchtest dann dann solltest du da mehr verantwortung einlegen aber ist nicht der meinung dass irgendjemand so brutal verrückt wäre dass jemand eine eigene schwarmflotte heranzüchtet ja wobei es gibt gerüchte dass das die tyraniden eine eine bio waffe waren die außer kontrolle gerät auch diese gerüchte gibt es aber du schätzt nicht den inquisitor so sehr verrückt ein dass er das tun würde dann würden wir noch jeden fall aufhalten ok dann muss ich das so akzeptieren ja wir haben was wir brauchen ist wilhelm schon mit der bombe fertig wir haben was wir brauchen im prinzip unser primär ziel ist erfüllt wir könnten dieses deck schon so gleich verlassen dann bringt uns heraus alles uns diese viecher töten und dann raus hier sterben so oder so ich möchte aber nicht dass die mit in dem teleportation strahl kommen eine rede wir müssen sie aufhalten bevor sie uns folgen können dann das endlich noch unnötiges blutvergießen auf unserem schiff wir sollten uns so und so ein bisschen von der bombe entfernen nicht dass der teleportation strahl sie irgendwie negativ beeinflusst nächste kampfrunde ordal ja ich habe jetzt mitbekommen dass sie gerade mein bruder amyrius von zwei kriegern angegriffen wird würde ich tatsächlich einen sturm sprungangriff hier rüber machen und ihn dort unterstützung mit mal mit mir willst du nur mal zwei leute im nahkampf haben 9 den vorteil dafür gekauft ja tatsächlich ist das dann für mich fast würde ich jetzt auf eine 95 andere leute nicht ihre robben würfeln lassen mit dem chef nur deine eigenen automatischen erfolg oder sowas erzeugen das geht schon mit einem schiff kann man ja meine verbranlose attacke machen richtig das kannst du als best man immer du kannst vorher ein chip ausgeben und kannst damit erzeugen dass der angriff wieder pariert und auch ausgewichen werden ja aber das genau das musst du halt vorher ansagen und ansonsten du kannst du kannst ein chip verbrennen und dann vier das haben aber das willst du natürlich nicht ich würde es erlauben wenn du wenn du einen schicksalspunkt ausgibt damit er neu würfel würde ich das erlauben okay so dann 6 ja er stürzt sich mit seinen rasiermesser scharfen sang rein und sensen klauen in deine axt hinein und du merkst wie ich ihn abricht und kippen szene abbrechen und der kampf dauert an davius ja gut zwei meiner brüder sind auf der anderen seite beschäftigt dann nehme ich mir den letzten krieger hier vor zwei sind noch da ja ich meinte den letzten hier auf meiner seite vollautomatisch wieder naja das reicht alle treffen hier sind vier stück ja eine sechs weg sind das zwanziger dann sind das 20 wir ziehen zehn ab sind zehn mal vier sind 40 hat er 60 insgesamt bekommen ich glaube das reicht ja das reicht dann zerspritzt auch sein körper ein paar schritte konnte wohl noch in deine richtung machen und dann bricht er zusammen und haucht sein unleben aus für mccrack für mccrack arminius für den imperator aminus nutzt die gelegenheit der ablenkung die total ihm verschafft hat und packt den typen einfach machen ganz normalen stamm langer von einer aktion er trifft wir reden trotzdem mal ganz kurz über schaden ja zwar der c plus 17 er packt den einfach mit der linken anbieter die faust drückt ihn in der mitte zusammen und schleift ihn hinter sich her als er seine halbe aktion weg geht was okay er gesagt wie soll es von der bombe entfernen ja sehr richtig der mechanische zuckt in einer bildenergie faust knackt und du bist der meinung dass wohl dass einige chitin teile waren ja dann fällt ihm auf dass er die noch hat muss irgendwie der anderen hat die faust draufhauen damit sie aufgeht und dann schleudert er ihn von zur seite weg der nächste wette dann lass ich zu weißt du was er ist noch nicht ganz tot ist er nicht aber ehrlich mit so viel schaden wie ich da reingepumpt habe wie viel waren das denn 24 plus die 30 oder 9 plus die 30 oder soll ich da vorne reingewirkt bei denen mit den gestorben schüssen ja ja 24 dann ziehen wir wieder zehn ab dann sind das 14 das reicht noch nicht aber ich ich lasse das trotzdem dazu erst erst sehr schwer verwandelt wie viele lebenspunkte haben die ja macht uns für sich lebenspunkte auch bei der große fücher die können schon was diese scheiß kriege ok dann bruder aminius ist durch ich habe noch einen letzten und er macht einen sturm angriff soll er auf tordahl war dann immer dann auf armenius ja genau tordahl hat es heute schon mal drauf gekriegt immer immer wo ich sehen er macht zwei angriffe ist das dein ernst der trifft nur einmal er trifft gar nicht weil ich ihm einfach die schulter weil ich in der schulter checke bevor da ist gut das war's gable ja den eingepackt auf der steinige schritte den stamm runter gemacht nimmt gabriel jetzt an lauf doch skurrilen schwer kraft und versucht diesen krieger in die seite zu stürmen mit dem ketten schwert ja du hast den freund am nahkampf ja ich schieße ja nicht machen stumm angriff ja ja das trotzdem freunde nachkampf ach so ein dass eine erleichterung mir das ist mit 81 auf jeden fall geschafft ich kriege noch einen plus zehn bonus wegen xenos jäger plus zehn würfel einfach er hat wahrscheinlich besser er hat noch keinen schaden bekommen und da kommen wir noch hin keine sorge jetzt würfelt er wieder seine sechsen krass wie er mit bingern wegräumt ne ja das sind leider nur 24 24 wird zehn das ist schwert wer kennt ein schwert 13 rüstung dann machst du elf schaden und nach gabriel warte mal ich habe noch eine reaktion mit dem habe ich noch eine reaktion ach quatsch ist egal das viel wurde von mir weggerissen also renne ich dem nächsten hinterher zwei freunde im nahkampf genau und dadurch das zweier team damit zum beispiel automatisch plus 30 wegen der plus 20 wegen zusätzlichen zwei im nahkampf plus die 20 ich kann eigentlich gar nicht mehr verfehlen so der erste trifft vor allem greifst du in seinen rücken dann da kann er sowieso nicht parieren und eine 32 d ist ein bisschen falsch so da ziehen wir die vier ab sind wir bei 29 ja da kommen noch ein d5 dazu und dann müssen wir nochmal vier zusätzlichen schaden dazu 33 ds ds 4 ds 4 dann ziehen wir wieder 14 ab 19 dann ist er jetzt insgesamt 30 schaden octavius der kerl dahinten der der weggeschleift wurde der lebt noch ne ja dann vollautomatisch truff da ich gebe dir noch mal eine erleichterung von zehn weil er sowas wie unbeweglich ist ab dann treffen alle ja er kann auch nicht ausweichen dann ziehen wir die zwei ab also 18 dann ziehen wir die zehn ab von der rüstung sind nur noch acht aber mal vier direkt ist auch sein gehirn auf diesem unheiligen grund und boden ja ihr könnt dann gemeinsam den letzten krieger zwischen euren reihen den chaos machen bruder minios energie faust zuckt wieder nach vorne und das rückgrat des kriegers wenn das dann jemals eines gehabt haben sollte zerbürst zersplittert unter den energieblitzen der faust und dann gibt es weiteres greifen weitere krieger die jetzt vor allem aus dem synapsen gang kommen und ihr könnt jetzt auch wieder sehen wie weitere gargüle über den synapsen gang auf euch zuschweben dieses mal sind es viele und der gang oder diese gehirnkammer mit dem schwamm ist groß genug dass sie fliegen können dass sie euch nicht ausgeliefert sind zehn kriege 20 gargolz was wollte tun jetzt oder nie gut zeit dass wir abholen jungs tun wir dies auf jeden fall würde das wenigstens zehn schritte entfernt von der bombe teleportieren oder wilhelm nimmt seinen schweren sturm bolter ihr lauft auf sie zu mit einem kampf frei und gabriel drückt kurz bevor ihr auf die horde trefft die rune es blitzt und zuckt einmal es gibt dieses unnatürliche gefühl wenn ihr im nichts seid im absoluten nichts die luft wird euch aus euren drei lungen gedrückt eure herzen schlagen unrund misch und dann schlagt ihr auf der plattform auf vor dem groß inquisitor der euch anblickt ihr könnt neben ihm den hohen magister xanthos kennen sehen und auch den magos biologes wart ihr erfolgreich ja ich halte mir meine hand auf die brust und erhebe dann den zünder den ich überreiche es ist angebracht auf knopfdruck sollte das die struktur des schiffes ausfallen ihr wart also direkt im zentrum von diesem schwammschiff waren wir und wir haben alle erforderlichen proben mitgenommen der große inquisitor nickt die ehre gebührt euch das sehe ich auch so gabriel nicht das wesen aus für den imperator ja dann nehme ich den knopf und drücken in starken ich tzzüro nicht j handheld happiness 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 Vielen Dank.